Die Waldbühne Gärin In ihrem Homepage Gästebuch ist nachzulesen, dass ihre Auftritte immer große Klasse, die Tanzflächen stets gut gefüllt sind oder dass ein Wiedersehen toll wäre. Alles gute Gründe, um die Musikanten nach Gärin einzuladen für ein Gastspiel auf der Waldbühne. Bereits in der Probe machte die extreme Hitze nicht nur den Bühnenakteuren gar heftig zu schaffen. Alle suchten sich ein schattiges Plätzchen und so blieben die steinernen Sitze recht verwaist an diesem sonnenüberfluteten Sonntag. Wir kommen nicht aus Bayern, wir sind nicht aus Tirol, doch spielen wir auch Musik, die zünftig ist ja wohl. Wir kommen nicht aus Österreich und nicht aus Obergreif, drum laden wir euch gerne zu unseren Liedern ein. Die Lachtaler verstanden es ganz hervorragend, die weit über 30 Grad Celsius reichenden Temperaturen zu verdrängen. Musik 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 Kleiner bejubelter Star des volksmusikalischen Nachmittags, André der Klane Blitz. Musik Nächster großer Höhepunkt auf der Geerner Waldbühne, Rock im Wald und das Oktoberfest. Einfach mal reinschauen bei www.waldbühne-gären.de Grüßen erstmal alle Zuschauer und alle, die uns sehen hier über oder durch die Bildscheibe oder Mattscheibe, wie man so schön sagt. Erstmal herzlich gegrüßt alle zusammen hier von der Waldbühne Gären. Wie hat es euch gefallen hier? Also es hat uns super gefallen. Es war ein super Mamm, aber es war ein schön warm. Ein tolles Publikum, haben schön mitgemacht. Wunderbar, ja. Voll auch zufrieden. Ganz tolle Anlage hier, die Waldbühne, muss man so sagen. Das Flair mitten im Wald und wirklich eine top Anlage. Alles neu und schön modern gepflegt, ordentlich. Organisation, super, muss man sagen. Wie die Durchführung der Veranstaltung, kann ich nur ein Kompliment machen. Hat man schon lange nicht so gut bewertet worden, war schon super. Das ist selten. Selten, dass Künstler so weit oben stehen. War schön, war schön, ja. Jetzt erklärt uns doch mal kurz, warum Laachtaler. Was hat das zu bedeuten? Das Laachtal ist ein ganz kleines, bescheidenes Seitental der Weißen Elster im Vogtland. Fließt also so ein kleiner, gemütlicher Wald- und Wiesenbach und fließt dort zur Elster hin. Man kann dort wunderschön wandern. Und Laachtal nennt sich das, weil die Bauern ganz einfach im Frühjahr ein bisschen länger warten müssen, bis sie die Kühe dort auf die Weiden treiben können, weil es dort sehr feucht ist, eben durch dieses Bachgebiet. Und dort steht halt das Wasser länger in den Wiesen. Und deswegen Lach, Wasser, Lache, Laachtal. Also daher kommt das Laachtal. Diese Veranstaltung auf der Waldbühne Gehren wurde Ihnen präsentiert von Sül, Stadt- und Überlandwerke GmbH Lukau-Lübbenau.